Sie hat es zur Kenntnis genommen, es geht es zu Ende wahrscheinlich und dann hat sie Victory gemacht, wenn sie gesagt hat, wow, wieder ein schöner Tag trotz Tumor. Das war genug. Wir wollen Mut machen, dass man diese kostbaren Tage, die man vom Kind bekommt fast, dass man die wahrnimmt und sich daran freut. Die Stiftung ist ein Ausfluss aus unserem Wunsch, dass Valentina ihre letzten Tage hier in Wangen hätte verbringen können, weil im Rahmen der Familie, das bringt ein Stück Normalität, wir wären alle da gewesen, also mein Mann nicht in der Arbeit, sondern er wäre auch hier gewesen, die großen Geschwister, sie wäre wirklich in einem ganz geborgenen Rahmen gestorben. Das ist das Vermächtnis, was uns Valentina mitgegeben hat, dass wir den schwersten und sterbenskranken Kindern einfach helfen, möglichst viel Zeit im Rahmen ihrer Familie verbringen zu können und auch dort zu sterben.